würde ich sagen ja jetzt noch schnell kommen gibt mir nur ein beinchen moment ich steppe hier gerade du wirst wahrscheinlich noch mal drauf gehen aber ich kann das ich kann die bewohner erst mal ein bisschen killen dass ich mich mal wieder bei dem damit ich bin auch gesagt ich renne doch schon ich brauche hier auch mal fünf minuti bin schon bei der hütte scheiß ich habe hier was verschüttet vor allem vor streik ich helfe es rum ja moment monotop in die hand ich glaube der vergewaltigt mich gerade so das klingt ja du hast ihn getötet er ist nicht tot doch sehr schön der gute mann ist mein rucksack noch ja ich habe einen rucksack noch ich glaube wir haben das doch ausgerottet jetzt schnell nach hause zurück ich check noch einmal kurz die koffer und tüten wenn wir schon mal da sind macht du das mal hast schon das schon bein auf den kohlen gelegt 1 ist noch dafür dich ja hätten ganz menschen mitgebracht das ist doch schön die knochen ja die sind für mich du kannst deinen auch verbrennen können wir uns alles teilen wieder darum vielleicht gleich raus was zum hänker wie zum hänker bin ich jetzt gestorben ich glaube die jungs sind wieder da ich sterbe in meiner hütte bis durchs feuer gerannt ja molly kannst du mal bitte heilen kommen in der hütte ich habe gerade ein kleines problem bezüglich das ein bisschen zeit ureinwohner jawohl brennt brennt ihr ficker aber es liegt schon menschen auf dem größe so es gibt belohnung wo du herkommst ja ich kann noch drei mitbringen wird auch mal essen die hälfte ist gleich darum jaja moment ich nehme ein von denen mit ja mach mach ja ich renne siehst jetzt langsam warum es nicht so schlau waren in der nähe vom dorf zu bauen hält das rum ich bin nur durchs feuer gelaufen wie oft ist jetzt gestorben innerhalb von zwei minuten es waren durch nur zweimal jetzt mit dreimal einmal 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 ist es du bist nicht in der hütte ich bin in der hütte oder dann sehe ich dich aber nicht neben dem feuer da hinten alles klar dann hole ich gerade mal die anderen zwei dann haben wir haufenweise knochen da kann ich mir ein bisschen rüstung machen ich habe ja auch ein paar was noch hingelegt ich möchte jetzt was zu essen ja moment dann hat die mal eben das bein ab und gehe vor allem in die option und macht server seit ich die zerstörbaren strukturen aus ich habe es nachher zu stört das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen ich brauche klingt essen ich mache gerade grill fest hier ich lege hier gerade mal ein kleines hin jaja jetzt haben wir ja genug ressourcen dann pack ich die leichen mal eben draußen nehmen wir jetzt so ein kleines feuer herrn hast du das mit den steinen genommen ne das ohne steine das ist scheiße weil das ist nur einmal brauchbar ja weil hier ist es auch jetzt was zu essen wo was wir haben aus ich habe im kampf aus versehen eine echse getötet belastend schön für dich ich habe hier übrigens jede menge knochen falls du die brauchst äh ja ich hole gleich ich bring ich bring grad die lieferung zu heilung für mich ja und da ist die dritte ich glaube drei leute reichen erstmal allein da ist jemand hilft mir mal ich kann dir nicht helfen und muss dann händler kommen und ich bin tot kommt mal kurz vor die tür nein weil ich muss verspeichern sekunde ich komme wieso noch mal wolltest du ein survival spiel spielen warte ich komme wo bist du hier bist du und vor der tür habe ich doch gerade gesagt so auch nö und erleben das hat aber auch einen aufzustellen medizin hat das gebracht oh gott macht er oder ich habe ja auch ausgelöst lebt mich mal kurz wieder was war denn wo bist du in der nähe von strand ok 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 oh das ist nice die axt taucht rein oh drei schläge und ich habe den mit der neuen axt weil ich den weil ich auf den schon eine halbe stunde eingeprügelt hatte oh nein wiederbeleben warte ich muss gerade kämpfen alles gut auszeit und jetzt haben wir auf jeden fall knochen ey ich bin auch fast tot wiederbeleben alter schwede überleb mal ein bisschen du hast mich irgendwie reingespawnt ich konnte mich nicht mal bewegen weil ich schaden in der aufstehanimation gekriegt habe jetzt überleb ihr baut das haus ab wiederbeleben bevor du stirbst ich lebe doch noch warum lebe ich noch es ist gerade nur schwarz weiß geworden das heißt du hattest noch leben ok jetzt tu mir mal irgendwie fallen und geh in optionen warte ich muss das mal heilen ja am besten drin warum heilt das nicht ich habe die zieler sind noch ich habe medizin gegessen aber ok jetzt heils jetzt brauche ich mal was zu essen äh ja bedien dich das buffet ist eröffnet aber geh tu mir bitte in gefallen und geh in optionen ansonsten verlieren wir gleich das haus mach ich nachdem du nachdem du mir was zu essen umgeben hast du hast hier zwei beine bedien dich die sind ungegrillt ja du hast ein feuer oder ja mensch wir haben nur ein einmal feuer das kannst du trotzdem verwenden das haben wir in der Höhle auch gerade ja was willst du jetzt in der Option du musst irgendwo eine Option haben dass du ähm zerstörbare Strukturen oder sowas ausschalten kannst Gameplay a low building destruction ja genau mach das aus schon passiert sehr gut jetzt ist das Haus soweit unsterblich ich meine es hat ein bisschen Charakter so wie es aussieht oder ja so ich mach uns mal hier draußen na das Bonnfall ist zu groß mach uns mal hier draußen eben ein kleines bisschen warum kam da jetzt schon wieder nichts zu essen raus aus dem ganzen Typen gegrillt und dann kam nur Knochen raus weil du die Sachen extra grillen musst hä hä und jetzt weißt du Knochen brauchst du musst das Bein auf das Feuer legen und dann kannst du das du meinst du weißt du weißt du Knochen brauchst hier liegen hunderte äh ich grill draußen auch gerade Knochen ich hab dir ne Echse draufgelegt beziehungsweise die ist eigentlich mir hier liegen irgendwie grad 200 Knochen hier drin ab ja das ist schön ich mach draußen grad noch mal ein paar hundert mehr sowas zu essen bräuchte ich jetzt mal und ja komm dann nimm du dir kurz die Echse die grad grillt drin und die Hälfte kommen der Fee gemacht bin voll geil äh ja die Echse bringen super viel weil sie so schwer zu jagen sind kann ich die starke Achse nochmal verstärken ja du kannst alle Waffen verstärken weil ich hab jetzt noch ich hab ein paar Zehner ich werd am nächsten den Schädel verstärken der jetzt aus irgendeinem Grund wieder unverstärkt ist äh ja man respawn und ich mach lieber auf die Axt oh lol guck mal ich kann mit ich hab so ne starke Waffe guck mal ich kann mit guck mal ich kann mit ich kann grad nicht gucken ich verstecke einfach mal die Axt die ist wirklich stark das bringt es glaub ich am besten so so dann nehm ich mir mal so viele Knochen wie geht hier hinten aus der Kiste und mach ein paar Rüstungen kann ich da auch schon teilweise weg verdammt ok die Axt müsste jetzt deutlich stärker sein oha ok in Blockade ist die wirklich massiv Speed auch extrem Damage ja ich hol mal eben ein bisschen Geflügel irgendwo her ok aber ich würde jetzt gerne mal sagen ich spächer hier mal ab ja äh soll ich die Rüstung eben an den Rüstungsständer packen kannst du machen weil wir haben jetzt schon vier Stunden Streamzeit ich würde mal an dieser Stelle sagen wir spielen beim nächsten Mal weiter Maudi wenn du nichts dagegen hast und ich hatte einen Vogel ok ok das ist alle Rüstung die wir soweit haben ok wobei die eine mache ich nochmal eben zu einer Tarnrüstung und sag wenn du fertig bist dann spreche ich nochmal und dann können wir auch ja Tarnrüstung ist da im Prinzip könnte ich auch jetzt könnten wir jetzt nochmal schlafen gehen äh könnten wir ja machen wir doch mal das sind ja mach mal da schlafen wir und ist nachts sehr schön ja und ich hab fast kein Leben mehr das ist praktisch und keinen Hunger äh ja gut warum haben wir in der Nacht das ist doch blödsinn weil wir am Tag geschlafen haben weil wir am Tag geschlafen haben Mittagsschlaf das war jetzt Schwachsinn essen haben wir auch nichts dabei ach ist wieder alles super ich mag es übrigens dass unsere unsere Hauswand jetzt sehr schief ist ich speichere das trotzdem nochmal mach das das Feuer brennt immer noch ja geflügel so dann würde ich mal sagen Moni komm mal rennen hier Moment ich back kurz was dann habe ich hartwegs leben kommen wir uns in den Platz und was steht auf zur White Infection äh nö es hat eh keinen Effekt außer dass Hunger schneller leer geht also ja das ist schlecht hast du noch was zu essen? äh ja aber ich brauch das ist nur geflügel tja ja gut dann gehen wir mal unser sehr gerades Haus und dann kannst du den Stream beenden na dann nochmal speichern haben wir ja das ist jetzt schon 100 mal gemacht aber du bist du bist übrigens momentan der wertige weiße Typ ohne Mütze ah ja haut ja hin welches Charakter Model habe ich gerade? äh ich kann das jetzt gerade im Team sehen das heißt wenn ich verschreiben würde ich hab den anderen wertigen weißen Typen mit ohne Mütze schön auch mal ein Screenshot und schickt das mir weiter damit ich das auch mal sehen kann ja gut den ersten kennst du ja jetzt bist du halt ich kenne die halbe nur in weiß die kenne ich alle nicht aber gut ich hab dir das erste schon geschickt ja habe ich während des Teams natürlich geguckt na gut na dann so roter renner würde ich sagen bis zum nächsten mal bei der Forest mit Modi und das Zweck schrecklich und es wird noch schrecklicher übrigens wenn du jetzt mal ein M drückst dann siehst du wie viel von der Map wir jetzt aufgedeckt haben wie viel wir schon kennen die ist weiß ja guck mal unten rechts das ist der gesamte Bereich den wir schon erkundet haben ne meines guck mal bei mir ein Stream die ist wirklich weiß ich glaube bei mir ist noch gar nichts drin doch unten ganz rechts da hast du ein ganz kleines bisschen schwarz willst du mich verarschen ja das ist genau das ich mein meins ist ein bisschen mehr aber auch nicht wirklich na dann jo in dem Sinne bis zum nächsten mal würde ich sagen 2000 Jahre später oh Gott ich mein ich kann uns auch kurz Raft kaufen oder sowas obwohl Borderlands 3 würde ich ganz gerne oh da bist du in Modia taucht taucht von mir auf Borderlands 3 würde ich ganz gerne aufnehmen also das würde ich mal gemeinsam das würde ich ungern streamen weil Borderlands würde ich mit Qualität aufnehmen und das ist das beim Streamen ja ich würde aufgrund meines schlechten Internets würde ich Borderlands 3 ungern auf auf 72 FPS auf 72 P Stream das wäre ein bisschen scheiße haben wir noch was zu essen ja haben wir alles klar ich mach mal das kleine Feuer an was wir hier haben ich hab das Feuer am Ende den letzten Aufnahmen kaputt gemacht dann sollte man vielleicht neues Feuer mal craften wir wollten der Plan wäre meiner Meinung nach sowieso erstmal heute Karte ablaufen also kartografieren oh ich meine ordentlich und eine ordentliche Location suchen und aus dem GEMA bitte schlafen nehmen wir mal was zu trinken mit äh schlafen weißt du ob das schon geht ne geht noch nicht ne geht noch nicht ne geht nicht warum weil ich gerade eben erst geschlafen habe bei der letzten Aufgabe nachher bei der letzten Aufnahme und ich brauche irgendetwas zu essen äh Moment ich hab ich kann dir grad einen snack geben Moment was ist was irgendwie ein bisschen Fleisch was du mir und sie gerade ich gebe dir einfach ein Schokoriegel aufs Tablett hier bitte äh ein Mars äh wirklich schön Werbung ändert ok er hat den Mann nur halb gefüllt so ist Horspray ok soll ich den halb vollen Magen ja ich hab grad wirklich 1% bei dem Mond der ist grad komplett grau ich kann jetzt einen Tag lang schnappen dann dann müssen wir irgendwie die Nacht los äh irgendwie ja siehst du ich hab grad das schicke T-Shirt an das was irgendwie jeder von uns besitzt ich besitze hier gar nichts mit der Motten ne ich ich meinte äh was man im echten Leben besitzt jeder hat irgendwie dieses klischeehafte hab ich mir mal irgendwo gekauft Wolfs T-Shirt nö hab ich nicht was was nie in dieser Phase nö bei mir macht's so mit 12 oder so und es passt noch weil ich ein wirklich fettes Kind war ok ja hier könnte ich schlafen und da ist trotzdem ja äh ist trotzdem ich hab mal Fleisch gekloppt ne ich bricht auch mal ein bisschen mehr zu essen oh komm mal mit dir in die Hütte ich hab ein Stein ich mach uns gleich was zu essen guck mal ich hab ein Eichhörnchen gekillt hm kannst du die Kupfer aufhängen hab ich gerade sehr schön da haben wir noch Platz äh zwei Plätze habe ich hier noch wunderhübsch äh ich pack dir grad einfach mal ein Steak drauf gönn dir wenn es fertig ist gönn dir wenn es fertig ist ok wie kann man die denn da ausrüsten äh du musst du musst den Kopf in die Hand nehmen und dann da hinsetzen ich glaub Schädeltrophäen sind nochmal was anderes als Kopftrophäen also weil Schädel hab ich da schon einen wie werd ich denn wieder los äh nehm du ihn ins Inventarpack das kannst du zum Kraft nehmen ah ok au warte ich wollte grad essen Fehler 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 iss mal was hab ich Medizin dabei wahrscheinlich nicht nö war das Kaninchen oder was das war Eichhörnchen oder was du gestartet hast das war Eichhörnchen äh ja ist super optimal dass ich keine Medizin und nichts dergleichen da hab weil ich hab kein Leben mehr tja ja blöd das ist blöd oh es wird Tag wir können erkunden gehen würde ich sagen würde ich sagen ich nehme mal die Rüstung mit weil ich hab kein Leben mehr ich hab jetzt diese die die gute Axt ausgelöst ausgerüstet naja gut hab ich noch Pfeiler nicht ich hab keinen Pfeiler hier drin das würde ich mir den gut ich hab halbwegs Rüstung dann würde ich sagen äh erkunden wir doch einfach mal ein bisschen die Map ja versuch rettchen Fugel mit nachts zu erlegen äh ja mach das mal äh wo bist du dann ich bin grad mal unten damit wir es auf der Map markiert haben brauchst nicht kommen ich komm grad wieder hoch wir sollten vielleicht auch am Ufer hier mal nachlaufen wir sollten uns vielleicht äh ja ja ich hätte ich werde ich hätte jetzt einmal die Insel umgründet und dann innen ausgefüllt das vielleicht gar nicht effektivsten wo die was vielleicht gar nicht so verkehrt wäre das hab ich mal ich hab mir jetzt ein Best of von Gronkhs Let's Play angeguckt was gar nicht so eine schlechte Taktik wäre mal ein Floß auf dem Wasser herzustellen von welchem Let's Play? dem alten? dem nicht ganz so alten? dem noch nicht ganz so alten? irgendeinem davon dem etwas weniger alten oder dem mit Tobi? ich hab keine Ahnung dem mit Tobi doch den mit Tobi ah ok dann ist das vielleicht potenziell eine ähnliche Version wie die die wir haben ich hab da irgendwelche Käfer in der Axt dran das ist irgendwie sieht seltsam aus äh das müssten deine Zähne sein die du dann geschmiert hast für mehr Schaden die sind eh gelacht aus äh ja gut die machen halt mehr Schaden jetzt haben wir hier ein paar Steine ja und gibt sonst irgendwas Neues? bei dir so? äh wir wollten auch drüber reden wo war das wo wir das Floß hinbauen äh ich hätte ja gesagt wir gucken wir gucken uns jetzt erstmal um und suchen uns eine schöne Location das war eine kleine Stadt auf dem Wasser errichten äh ja hätte ich auch gesagt aber auf dem großen See in der Mitte oder in der Nähe vom Loch vielleicht ich denke vielleicht das war auch irgendwo sowas hier machen das war hier so Richtung 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 Insel dass man da eine Insel hat das ist ja vielleicht Richtung gefällt dass man dann auf der Insel auch wieder was bauen kann dass man sonst ja da kriegt man richtig beschissen die ganzen Ressourcen hin das ist halt das Problem müssen wir irgendwo in der Nähe des Waldes bauen hier zwei schon am Ufer ja so diese Insel ich hätte nicht am Ufer gebaut ganz ehrlich ich hätte wie gesagt wirklich den See gemacht weil das eine sehr gute Location ist äh halt irgendwo irgendwo wo wir halt auch noch gutes Zeug herkriegen ja genau wo wir Material halt nicht ewig durch die halbe Map stecken müssen ja ich wiederhole der See schön zentral man kriegt alles und man hat Schutz durch Wasser ja wie gibt es ein See das habe ich jetzt 30 oder 40 mal gesagt in den letzten 5 Minuten du hast gesagt dass du an einem See bauen willst aber ja weil ich diesen Map kenne ich habe jedes Konglitz Play seit der ersten Alpha gesehen ich nicht ich weiß deshalb ich bin hier glaube ich der Experte wie üblich wobei stimmt nicht äh Borderlands 3 wärst du wahrscheinlich der Experte ich weiß man kann schießen das Pferd ist auch zu viel gesagt aber ja ich habe das Konglitz Play geguckt ja du hast das Konglitz Play gesehen das ist mehr als ich deswegen weiß ich dass das auf jeden Fall das 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 muss ich das müssen wir in der Aufnahme machen das will ich nicht streamen weil das muss ich dann da muss ich auch da muss ich noch OBS einstellen das will ich in höchster Qualität aufnehmen das ist da weil das ist ein Spiel wo ich wirklich sagen das macht Sinn das in extrem hoher Qualität aufzunehmen also bei manchen Spielen sage ich ja okay da reicht mit 1080p das ist völlig in Ordnung aber es ist willst du ein 4K Litz Play machen? 4K ist vielleicht auch ein bisschen zu viel aber ich kann dir gleich sagen ich kenne den Speicherplatz deines Rechners du wirst 5 Minuten auf 4K aufnehmen können bevor dein Rechner ja abschmiert und dein gesamter Speicher voll ist definitiv mein Speicher ist jetzt schon voll das ist ich weiß vielleicht kann man es ein bisschen ich meine vielleicht kann man es ein bisschen über 1080p aufnehmen vielleicht sonst äh ich würde na hast du was für ein monitor hast du äh wahrscheinlich ein 1080er monitor so wie die meisten Leute also mein monitor ist 2K der kann 2K dann kannst du auf 2K aufnehmen hey würdest du das bitte lassen du hast mich gerade geschlagen ich habe wirst du mitgemacht er hat den durchgestanden du hast mich geschlagen okay müssen wir dann mal gucken ob das mein Rechner hinkriegt das ist die Frage ob ich gesagt ist die Frage ob mein Rechner wurde überhaupt installiert und gestartet das ist ja es ist auch noch die Sache weil das ist ein großes Spiel naja ich finde ich wir haben schon mal viel ich möchte haben schon mal versucht mit Molly wir haben schon mal versucht Dingens hier zu spielen wir haben ähm wie heißt das wie hieß dieses Vorausspiel was wir auch versucht haben zu spielen wo mein PC dann einfach nicht die Voraussetzungen hatte was da einfach nicht ging äh weiß ich gerade nicht mehr ich überlege gerade also rein theoretisch wie wie viel ist 48 mal 2 das sind doch genau 96 oder äh ich habe auch gerade denn das war ich noch weil ansonsten wenn du die Voraussetzungen erfüllt hätte ich tatsächlich gesagt dass ich uns einfach kurz als Tiny Tina's Wonderlands kauft das habe ich auf Epic Games kostenlos oh das nein nicht das richtige nicht das nicht das Demo Ding du hast nicht das richtige das ist nicht das richtige das ist das alte DLC nur aufgehübscht ich hätte hier wirklich die Vollversion eben auf Steam gekauft ich will Borderlands ich will Borderlands spielen das ist das neueste Borderlands ich will Borderlands 3 spielen aber warum denn du hast besser haben kann weil es geil ist weil das Spiel lustig ist und was Spaß macht du hast du hast Tiny Tina's Wonderland nie gesehen oder oder davon gehört kann das mal scheißegal ich will Borderlands 3 spielen Punkt so für sofern das geht so nun nehme ich das auch in 1080p auf aber das ist halt ich habe erstmal was für Voraussetzungen es hat guckt ob es installiert danach melde ich nochmal das Spiel jetzt spielen wir sowieso erstmal der Forrest und ja ich denke das ist ich denke das wird auch später das wird irgendwann dann werden wir vielleicht spielen wir es gar nicht mehr dieses Jahr ich folge dir jetzt einfach du weißt wo wir hinwollen äh ich glaube ich umrunde jetzt einfach nur mal die Insel ich weiß auch nicht ob die Karte überhaupt update ist hast du irgendwas zu essen weil mir wird langsam so langsam könnte ich mal wieder was verkraften oder weißt du was du hast nehmt bekommen äh ich hab wenn du ein Feuer machst kann ich uns kurzen durch grillen ich hab ein paar Stöcker dann grill dir durch ähm wo war nochmal das Menü zum wo man das die Anleitung das bauen ich weiß es nicht welche Taste war das nochmal C M SSM äh B B B B für B B ich mach's einfach kurz Moment ich hab auch Zeug ich mach's einfach kurz Moment ich hab auch Zeug dein durchgrillt so und jetzt muss ich erstmal gucken dass ich uns noch ein bisschen Geflügel herkrieg ok da brauch ich Baum für Geflügel Federn 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 die Feder krieg ich noch und jetzt noch was du keine Böge mehr und jetzt noch was du keine Böge mehr und jetzt noch was du keine Böge mehr